Die wenigsten Menschen wissen, was man aus einer Weintraube eigentlich alles machen kann. Erstens einmal den Traubenbrand, zweitens den Dresda-Brand, drittens den Weinbrand und natürlich das bekannteste, den sogenannten Weinbrand. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um die Weintraube. Ich habe heute einen Freund zu mir eingeladen, Hubertus Fallenda von der Mosel. Wir werden heute über das Thema Weintraube bzw. die Facetten der Produktion sprechen. Servus Hubertus. Servus, Frau Fram. Hubertus, du weißt ja, ein Traubenbrand sollte nach Trauben schmecken, ein Dresda-Brand sollte nach Dresda schmecken und nicht nach Dresda bzw. nach Hefe. Ein Hefebrand sollte nicht nur Weinbrand schmecken, sondern nach Hefe. Und so unterschiedlich sind im Grunde genommen die Definition der Produkte. Fangen wir zum Beispiel mit einem Mosel-Riesling an. Mit dem Traubenbrand, wie würdest du den beschreiben? Nun, ein Traubenbrand ist immer eine sehr fruchtige Angelegenheit. Das heißt, wenn die Säuregehalte schwimmen, habe ich sehr viele Ester drin. Und diese Fruchtester kommen halt als sehr volumiges, süßliches Aroma in die Nase. Du arbeitest natürlich mit Trauben aus deiner Heimat, mit Riesling. Du bist ja im Riesling-Zentrum. Aber normalerweise verwendet man eben sehr aromatische Trauben wie Muskat oder Tramina, dass sie einfach wesentlich aromatischer sind, wesentlich intensiver. Aber auch aus einem Riesling, so wie du es machst, kann man einen Top-Traubenbrand machen. Du machst ja zwei verschiedene Hefeprodukte. Du machst eine Weinhefe und du machst eine Sekthefe. Erklär mir bitte dort den Unterschied auch von der Aromatik. Also es ist so, eigentlich wollte ich ja Champagnerhefe machen, aber die bekommt man nicht. Und so haben wir dann Sekt genommen, der in Deutschland hergestellt worden ist für diese Sekthefe. Das ist ja immer nur das, was in der Flaschengärung dekuschiert wird. Das ist das eine. Und das andere ist die Weinhefe vom Riesling Kaltvergoren, die also sehr langsam gegoren hat, teilweise sieben, acht Monate und sich dann unten absetzt. Was wir feststellen ist, die Hefe aus dem Wein ist natürlich ein Blumenstrauß voller Aromen. Vorne sehr tropsig, eisbonbon-mäßig und hinten dann sehr voluminös mit Floralaromen. Und bei der Sekthefe, die ist sehr stringent in eine Richtung, etwas schmaler wie der Kaltvergorene, aber auch von der Aromatik her sehr fruchtig. Frau Wertus, damit sich unsere Zuschauer da was vorstellen können, was ist die Sekthefe genau? Ja, aber der Sekthefe, wie schon gesagt, ist das kleine Stück, was sich an der Flasche absetzt beim Dekuschieren, also beim Drehen. Und dann wird das dekuschiert und dann fällt ja dieses kleine Stück aus der Flasche raus und das wird gesammelt. Man kann sich vorstellen, wie viele zigtausende Flaschen es braucht, um mal tausend Liter Hefe zu bekommen. Und das ist schon sehr mühsam. Auf der anderen Seite, es lohnt sich. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß es, es ist etwas Besonderes, aber ein Fingerhut in einem Nähkästen ist wahrscheinlich sicher größer als das, was du verwendest. Aber was ist jetzt für dich der Unterschied von einer Weißweinhefe zu einer Rotweinhefe? Von der Produktion weg, bitte. Also es ist so, bei der Weißweinhefe, ich nehme jetzt mal drei Grundsorten, Weißburgunder, Sauvignon Blanc oder Riesling. Dort haben wir eine sehr viel fruchtigere Aromatik im Destillat nachher, als wie bei einem Roten. Der ist etwas dumpfer, nicht so laut wie diese Weißweinhefen. Der Rote kann aber, wenn er gut gemacht ist, zum Beispiel aus dem Pinot Noir, einen unglaublichen Körper auch entwickeln. Und von daher, persönlich ziehe ich die Weißweinhefe vor, sind aber auch einige Menschen einfach Fans von einer Rotweinhefe. Und die ätherischen Öle sind beim Weißwein wesentlich mehr wie beim Rotwein. Frau Werters, um auf den Dresdler zu sprechen zu kommen, der Weißwein-Dresdler wird vom Weißwein genommen, der Rotwein-Dresdler von Rotwein. Der Weißwein wird ja gepresst, beziehungsweise kann es natürlich auch sein, wenn er nach biodynamischen Grundsätzen produziert wird, dann hat er wahrscheinlich auch mehr Wein- beziehungsweise Flüssigkeit dabei. Und der Rotwein-Dresdler müsste ja normalerweise mehr, unter Anführungszeichen, Weinanteil dabei haben und flüssiger sein, oder? Nein, Weinanteil nicht, aber er ist ja auch im Wein vergoren. Also das gärt ja mit den Häuten und wird dann erst nach der Gärung separiert. Und beim Weißwein ist es ja rumgedreht, da wird am Anfang gepresst. Am liebsten sind wir ganz Traubenpressungen. Ja. Und dann auch gekühlt, also gekühlt, gepresst. Und dass das dann separat verdichtet wird, ist ganz wichtig beim Weißwein-Dresdler. Das ist im Gegensatz zum Rotwein-Dresdler, der ist ja nicht verdichtet. Der hat also eine gewisse Oxidation, macht er mit, durch die Gärung und durch das Umfüllen. Das ist beim Weißwein-Dresdler nicht. Und so haben wir auch schon ganz unterschiedliche aromatische Spektren, die da drin stecken, bei Rot und bei Weiß. Hubertus, danke, dass du uns deine Erfahrungen mit den Traubenprodukten weitergegeben hast. Es ist wirklich spannend zu hören, wie unterschiedlich Traubenprodukte sein können, wenn es von Dresden bis zur Hefe geht. Ich kann unseren Zuschauern nur empfehlen, eine Reise an die Mosel zu machen, um das authentisch nachvollziehen zu können. Kulinarischer Art, in Sachen Essen und Trinken. Hubertus, noch einmal danke für deine Teilnahme an den Inside World Spirit Shots. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Inside World Spirit Shots mit Wolfram Ordner. Prost! 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 Prost!